Wir sind wieder da, im nächsten Teil, bei unserer Nina in ihrem wunderschönen Traum. Ja, hier haben wir, ich denke mal, außer jetzt dem Asch, was ich auch nicht benutzen kann, können wir, denke ich mal, nicht mehr tun. Deswegen gehen wir mal hinaus. Tja, was hat sich jetzt hier geändert? Genau, nämlich... Öh, das Fenster. Das ist jetzt eine Vermutung von mir, weil er hat ja gesagt, er hat das mit Filz abgedeckt. Die Wache hat den Filz an den Fensterrahmen festgenagelt. Ja, okay. Gut, dass wir ein Schwert haben. Genau. Jetzt ist ein schöner, großer Schnitt im Filz. Verfligst, hier drinnen wird es immer kälter. Ich mach mal Feuer. Äh, okay, soll es jetzt nur dafür... Die Wachen haben ein Feuer angezündet. Har. Ja, irgendwie fesseln oder was? K.O. schlagen oder was? Lieber nicht. Eiserne Lady. Nein. Die Mundspreize, auch nicht. Ja, fesseln aber, dazu müsste man die ja irgendwie handlungsunfähig kriegen. Nö. Was? Ich binde die Wäscheleine an den Schürhaken. Okay, was haben wir dann? Schürhaken mit Wäscheleine. Aber... Damit können wir nichts machen. Nein. 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 Mit dem Handy. Hallo, ich rufe die jetzt an. Tja, was sollen wir jetzt machen? Die beiden Wachen sind zwar nicht sonderlich aufmerksam, aber sie würden bestimmt merken, wenn ich die Zellentür öffne. Tja. Tja. Okay, ich denke mal, dann soll es, glaube ich, besser sein, dass wir uns hier mal in der Gegend nochmal weiter umschauen. Denn mit unseren neuen Sachen könnte man zum Beispiel... Okay, vorne hatten wir nur die Statue, die Katze. Ansonsten nichts. Hier haben wir den Verschlag. Die Bretter des Ladens... Vielleicht können wir die irgendwie jetzt... Die Bretter des Ladens sind mit Eisenbeschlägen versch... Nein. Damit auch nicht. Hier oben hoch vielleicht, da zum Kamin. Der Schornstein ist zu weit weg. Okay, dann gehen wir auf... Die kann ich nicht aus der Wand ziehen. Du sollst das benutzen, Mann. Ich heiße es lieber... Nein, du sollst aufs Dachmehl. Ohohoho... Mann. So, jetzt... Vielleicht den Kamin verstopfen. Ja. Treffer. Der Schuhhaken hat sich am Schornstein verhakt. So. Und jetzt... Mit der Wäscheleine kann ich mich weiter nach oben ziehen. Ja, dann mach das. Und wieso immer die Aus- und Einblende? Drei hier. Salz da reinschmeißen? Nein. Den Holzkeil? Nein. Die eiserne Maske? Nein. Die Mundspreize? Nein. Das Schwert. Nein. Das Handy. Wir schmeißen das Handy ins Feuer. Nein. Hier ist nichts Brauchbares zu finden. Ganz toll. Das ist nicht der richtige Zapp. Ich kletter... Ja. Und jetzt wieder runter. Äh, hier runter. Dazu soll... Ja, äh... Danke. Okay, soviel dazu. Okay. Was mit dem La... Tatsächlich. Was sollen wir jetzt hiermit machen können? Das Schloss knacken? Tatsächlich. Ich konnte die Klappe ein Stück aufdrücken. Mal sehen, ob ich durch die Öffnung etwas nach draußen befördern kann. Einige Kräuter. Aha. Und was für Kräuter? Bilsenkraut, Lavendel, Kamillenblüten. Getrocknete Kamillenblüten. Getrockneter Lavendel. Duftet immer noch wunderbar. Das kann ich nach vorne. Das ist schwarzes Bilsenkraut. In etwa 130 Jahren wird ein Dichter namens Shakespeare das Stück Hamlet schreiben. Darin wird der Vater des Titelhelden damit vergiftet. Ich sollte lieber nicht zu intensiv daran schnuppern, auch wenn ich mich in einem Traum befinde. Ah, okay. Das ist sehr einleuchtend. Geht's dir da jetzt echt von ganz alleine bis ganz oben? Tatsächlich. Das ist jetzt sehr einleuchtend. Das, genau. Das betrocknete Bilsenkraut wird im Kamin verbrennen. Bin gespannt, ob die narkotische Wirkung Ihrem Ruf gerecht wird. Jaja. Okay, das ist jetzt wirklich einfach, würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt. Ich komm von hier. Ach, dann geh runter. Ich geh runter. Hm. Ja, komm, Mädels. Tatsächlich. Sie schlafen den Schlaf der Gerechten. Oder so ähnlich. Haha. Okay, dann. Hinein. Ohne Schlüssel wird es schwierig, die Tür zu öffnen. Ich wusste es. Aber es ist auch nicht unmöglich. Die Tür hängt auf oben offenen Scharnieren. Aschefach. Moment, ist da vielleicht was drin? Ich nehme etwas von der Asche mit. Aha. Und die Wachen haben die irgendetwas? Wieso musst du jetzt hier nach vorne? Ich kann den Zellenschlüssel nicht finden. Wahrscheinlich hat ihn der Kommandant mitgenommen. Ach, er sagte ja, dass er sich persönlich darum kümmern würde. Aber, sie sagte, es ist nicht unmöglich. Ohne Schlüssel wird es schwierig, aber es ist auch... Okay, dann vielleicht mit dem Schwert. Das Schwert ist nicht stabil genug und würde sich verbiegen. Ein Schwert, bitte? Schwarze Asche. Hm. Tja. Hm. 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 Moment mal, können wir den Schuhaken wieder mitnehmen? Wieso wird die Melodie jetzt lauter? Da, sie setzt an und... Nina, nein, den... Ich nehme das wieder mit und binde die Wäscheleine vom Schuhaken los. Tatsächlich. Haben wir jetzt aber... Ja, genau. Ich klettere wieder runter. Ja, das habe ich dir gesagt. Wenn ich dir das sage, brauchst du mir das nicht wieder sagen. So. Den Schuhaken... Nee, ich wusste es. Das ist echt gemein. Der Schuhaken ist lang und stabil, aber ich brauche einen Ansatzpunkt, um die Tür aus den Angeln heben zu können. Ach, das auch noch. Ich binde die Wäscheleine vom Schuhaken los. Okay. Hm. Der Schuhaken ist lang und stabil, aber ich brauche einen Ansatzpunkt, um die Tür aus den Angeln heben zu können. Was ist mit dem Holzkeil? Vielleicht da drunter legen? Nein. In die Vertiefung? Der Holzkeil passt genau in die Vertiefung. Ach so, damit... Ja, okay. Moment. Mit dem Keil als Auflage kann ich den Schuhaken benutzen, um die Tür aus den Angeln zu heben. Ja, da wird sie sich wahrscheinlich jetzt... Genau. Den da drauf und dann... Okay, der Keil fehlte jetzt bei ihr in der Hand, aber okay. Geschafft. Annasier. Nasi. Okay, schauen wir uns erstmal um. Okay, sie sackt den ganzen Eimer ein. Ich hatte jetzt eigentlich nur gedacht, reinzugucken, aber okay. Nina, 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 Nina... D-d-d-d-d-d... Gibt es hier sonst irgendetwas? Nein. Okay, dann wecken wir. Ich muss ihm zur Flucht verhelfen und ihm dann zum Käufer der Amphore folgen. Leider kann er mich nicht hören, sonst würde ich ihn durch Zurufen wecken. Och, nö. Was ist hier mit dem... Ja! Davon wird er kaum aufwachen. Näch? Von Lavendel vielleicht? Davon wird er kaum auf... Nein. Ach, Kacke, von Salz. Davon wird... Mit dem Schwert kitzeln. Nein, geht nicht. Mit dem Schuhhaken. Auch nicht. Mit der Wäscheleine umwickeln. Auch nicht. Also eine Maske. Auch nicht. Mit dem Eimer draufschlagen. Nein. Handy. Wir rufen ihn an. Auch nicht. Ham, ham, ham. Was ist mit der Menge Schnee hier? Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für eine Schneeballschlacht. Hm, doch, vielleicht schon. Ja, ich wusste es. Geil. Es flippt. Ich nehme etwas Schnee mit. Es flippt, Freunde. Es flippt. Wir kommen voran. Ja, ja, ja. Jetzt wieder hier rein. Und Holz einmal mit Wasser. Genau. Genau das habe ich mir gedacht. Der Schnee ist bereits geschmolzen. Ach, Tünk. Mal sehen, ob er davon wach wird. Was war das? Wieso ist die Tür auf? Bei Allah, was geht hier vor? Der Prophet scheint mir gnädig zu sein. Also sollte ich die Gelegenheit nutzen. Denn die Welt gehört dem, der handelt. Jetzt müsste er mich direkt zum Käufer der Amphore führen, weil er sein Geld holen will. Ich darf nur den Anschluss nicht verlieren. Ja, dann beweg dich. Ach, jetzt fannst du auf einmal da rein. Mist, er ist mir entwischt. Der Kerl ist gerannt, als wäre der Leibhaftige hinter ihm her. Was soll ich nur tun? Die Chancen, annaßiert zufällig zu finden, wenn ich blind einen der Ausgänge wähle, sind sehr gering. Ach, wenn ich doch nochmal von vorn... Oha, die ist klar. Das geht auf einmal. Wow, dieser Traum ist echt merkwürdig. Anscheinend befinde ich mich jetzt wieder einige Augenblicke vor dem Start der missglückten Verfolgung des Händlers. Also schön, zweiter Versuch. Diesmal sollte ich mir aber vorher überlegen, wie ich seine Spur wiederfinden kann, nachdem er mir entwischt. Hä? Der arme Kerl. Die Wachen werden ihn töten. Ich muss ihm zur Flucht verhelfen und dabei herausfinden, an wen er die Amphore verkauft hat. Hä? Moment mal. Also sie kann die Zeit zurückdrehen, aber sie kann nicht durch Wände gehen. Und wenn es ihr... Ach, das ist alles zu frustrierend. Da haben sich die Entwickler wirklich einen richtigen, schönen Gau geleistet. Können wir jetzt hier in die schmale Gasse? Tatsächlich, wir können in die schmale Gasse. Da habe ich mir eben auch gedacht, anstatt jetzt hier zu stehen und rumzulabern, hätte sie auch schon zehnmal hier alles abklappern können. Was gibt es hier? Der Laden eines Fischhändlers. Hätte mir aber auch meine feine Nase verraten. Das ist ein Schild. Da steht, keine Straßenmusikanten nach Einbruch der Dunkelheit. Die Bremer Stadtmusikanten. Okay, Müll, der also als Bekannter. Die Kartoffel und den Kohlkopf nehme ich mit. Dachte ich mir. Ich will mich nicht ausruhen. Eine kleine Holzbank. Eine kleine Holzbank? Das ist auch hier. Gibt es sonst noch was hier? Wir können nicht in die Fenster gucken. Hier gibt es nur noch die Durchgänge. Okay, wir fangen links an. Noch weiß ich nicht, durch welchen der Ausgänge Anasir flüchten wird. Und bevor ich das nicht herausgefunden habe, sollte ich mich nicht ziellos ins Gewirr der engen und verwinkelten Gassen stürzen. Ich würde mich sicher total verlaufen. Noch weiß ich nicht, und bevor ich das... Noch weiß ich... Ganz toll. Also müssen wir die Ausgänge jetzt hier markieren, oder was? Den Kohl, oder was? Ne. Die Kartoffel, die faule. Faule Kartoffel. Holzalbe mit Wasser. Okay, das muss ich mir verkneifen. Die Wäscheleine irgendwie spannen. Nein. Tja, ansonsten, alles andere macht doch keinen Sinn. Den Salz vielleicht. Auch nicht. Sind. Auch nicht. Och Mann. Das Schild macht mich stutzig. Ein bisschen. Keine Straßenmusikanten nach Einbruch der Dunkelheit. Hm. Sie hat doch vorhin... Vorhin ist gut. Im letzten Teil gesagt mit den Klingeltönen. Was passt tatsächlich? Selbst in diesem total verrückten Traum ist es unsinnig, jemanden anzurufen. Damals hatte noch niemand ein Mobiltelefon. Aber ich kann mit einem der Klingeltöne den Anwohnern hier einen kleinen Vorgeschmack auf moderne Zeiten geben. Genau das war... Was soll das? Hast du das Schild nicht gelesen? Hier wollen Leute schlafen! Verschwinde! Äh! Natürlich. Erstmal, dass es ein absolut... ein grottenschlechter Klingelton war. Zweitens, wenn er denn schlafen wollen würde... Warum ist er... Okay, ich... Okay, wir haben... Das Mutt. Was? Das Mutt, das Mutt! Hahaha. Wie Oda Friesisch schon sagen würde. Fisch-Appelle! Der Fischgestand könnte sogar tote Katzen anlocken. Katze, natürlich! Meine kleine Mütze-Kotze! Moment. Zum Marktplatz. Ich hab was zu essen für dich. Kleine Mütze-Kotze! Tatsächlich. Hahaha. Sie sieht zwar hungrig aus, aber füttern will ich sie eigentlich nicht. Hä? Äh. Ansonsten mit irgendwas anderem benutzen. Was wir dann der Katze geben können. Natürlich nicht. Hä? Ich lege was von den Fischresten in die Maske. Äh. Eiserne Maske. Ich hab was von den Fischabfällen in die Maske gelegt. Okay, und... Hä? Hatte ihm kannst du nicht widerstehen, kleines Kätzchen. Hä? Was? Hatte die... Gefangene Katze! Also da muss ich jetzt protestieren. Sie sieht gereizt aus. Kann aber auch sein, dass sie hungrig ist. Bei mir sorgt das auch immer für einen entsprechenden Gesichtsausdruck. Das kann ja wohl nicht sein. Ich sollte die Fischabfälle nicht sinnlos an die Katze verfüttern. Sinnlos? Ey, ich raste hier gleich aus, Nina. Das ist eine süße, kleine, miese Katze. Und die steckt die... Oh, das kann ja jetzt nicht sein. Okay, wir haben die Katze, aber... Wenn's ein Hund wär, hätt ich ja gesagt, okay, die kann dann hinter dem her. Aber so? Nee. Irgendwie muss ich dem jetzt irgendwie was kennzeichnen. Hä? Hä? Ich steck an Nasir was von den Fischresten in die Tasche. Ein bisschen behalte ich aber noch. Wieso denn das? Nein. Die Kartoffel? Ich steck an Nasir die Kartoffel in die Tasche. Auch wenn ich nicht weiß, wie mir das helfen soll. Ja, ich auch nicht. Die Wäscheleine nicht. Die Schühe hat nicht. Die Asche. Die Asche wäre prinzipiell eine gute Möglichkeit, an Nasirs Fluchtweg zu verfolgen. Aber egal, wohin ich ihm die Asche auch schmiere, nach ein paar Metern werden die Spuren so schwach sein, dass ich sie nicht mehr erkennen kann. Vielleicht finde ich eine andere Möglichkeit, die Asche sinnvoll einzusetzen. Wir brauchen ja eigentlich nur bis zur Tür eigentlich. Wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, dass... Davon wird er kaum aufwachen. Nee. Wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, dass... Ich meine, hallo, das ist direkt um die Ecke und das schafft sie nicht, an ihm dran zu bleiben. Er sieht sie doch nicht. Was ist daran jetzt so schlimm? Davon wird er kaum aufwachen. Okay, wir versuchen es, Freunde. Mehr als schief gehen kann es nicht. Ja. Jetzt werde ich es nochmal wagen, ihn zu wecken. Wo ist das Wasser auf dem Boden? Was war das? Wieso ist die Tür auf? Ja, ja. Was geht hier vor? Der Prophet scheint mir gnädig zu sein, also sollte ich die Gelegenheit nutzen. Denn die Welt gehört dem, der handelt. Jetzt müsste er mich direkt zum Käufer der Amphore führen, weil er sein Geld holen will. Ich darf nur den Anschluss nicht verlieren. Wissen wir. Ich muss seine Spur wiederfinden. Anstatt da in der Zelle stehen zu bleiben. Wieso ist sie nicht direkt hinterher? Was? Ja. Keine Ahnung, ob das der Ausgang ist, durch den Annasir verschwunden ist. Aber wir haben auf jeden Fall was richtig gemacht, denn die Zeit spult nicht mehr zurück. Es kann doch nicht sein, dass wir mit der gefangenen Katze jetzt hier... Tatsächlich. Neues nicht im Stich. Na, wo ist das Leckerli? Tatsächlich. Ah, jiesch. Okay, das soll wohl... Ein Hinweis gewesen sein. Anschluss hat Annasir die Fischabfälle in seiner Tasche gefunden und weggeworfen. Wenigstens beweist das, dass er tatsächlich hier entlanggerannt ist. Aber welchen der drei Ausgänge hat er nun genommen? Ganz toll, wir sind genauso schlau wie vorher. Und wie... Ich grüße das Murmeltier. Wieder bin ich in der Zeit zurückgesprungen. Das ist wirklich mal ein irrer Traum. Solange ich meinem Ziel näher komme, soll mir das Recht sein. Ich kenne ja nun zumindest den ersten Teil von Anasias Fluchtweg, der mich zu Amphora aus Alexandria führen soll. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen, um Anasia auch in der zweiten Gasse nicht aus den Augen zu verlieren. Oh, ist doch nicht wahr. The same procedure as... ...vorhin. Aber ich denke mal... ...dass wir jetzt nicht nur durch die schmale Gasse... ...können wir vielleicht auch da lang. In diese Richtung wird Anasia nicht gehen. Okay. Also, genau. Was könnte ich hier tun, um Anasia nicht aus den Augen zu verlieren? Super. Was gibt es denn hier? Schon wieder eine Vertiefung. Diese Vertiefung sieht aus wie eine leere Pfütze. Da können wir doch zum Beispiel irgendwas reintun. Nein. Das Salz vielleicht. Nein. Okay, war ja auch nur eine Idee. Ausgang, Vertiefung, Vertiefung. Hier, überall. Diese Vertiefung sieht aus... ...wie eine Pfütze. Noch weiß ich nicht. Und bevor ich... ...weiß sie nicht. Will sie nicht. Macht sie nicht. Da ist eine Leiter. Okay, die können wir uns nehmen. Tja, an was soll ich damit jetzt? Irgendwas damit benutzen? Nein. 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 Gut. Also, die Frage, was sollen wir hier machen? Diese Vertiefung sieht aus wie eine leere Pfütze. Hm. Was ist, wenn wir... ...da Wasser reintun? Und der dann ausrutscht? Oh, ho, ho, ho. Jetzt muss ich nur ein Weilchen warten. Ja, 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 ja. Das ist aber... ...mhm. Einige Minuten vor allem. Mit einem Handgriff... Das Wasser ist gefroren. Und schon haben wir eine spiegelglatte Eisfläche über die ganze Breite der Gasse. Ja, ja, ja. Spiegelglatt. Spiegelglatt. Genau. Mit einer Handbewegung eine Fläche, die so groß ist wie ein Fußballfeld, mal eben unter Wasser gesetzt. Mit einem Eimer, wo vielleicht... ...mhm. Vielleicht zwei, drei Liter reinpassen? Egal, Freunde. Das ist Ninas Traum. Und nicht meiner. So. Das heißt, ich hoffe, wir sind jetzt soweit, dass wir... ...haben wir den schon... Er stinkt schon genug. Okay, wir haben ihn schon gespickt. Das heißt... Oh, nein. Wir müssen neues Wasser... Nina, du stehst vorm Ausgang. Wir müssen neues Wasser holen. Das heißt, neuen Schnee hier draußen. Ich nehme etwas Schnee. Ja. Dann wieder rein. Wieder in die Zelle. Und... Oh, Tage! Was mutt, dat mutt! Auf ein neues. Den ersten Teil des Weges kann ich Anasir ja bereits folgen. Nun bin ich mal gespannt, ob ich auch im nächsten Abschnitt Erfolg habe und so den Käufer der Amphore finde. Ich fresse einen Besen, wenn es da jetzt... Aha. Wenn es da jetzt wieder drei Türen gibt. Und man hat nur gesehen, dass er hier reingelaufen ist. Man hat nicht gesehen, ob er wirklich ausgerutscht ist. Sehr interessant. Überraschung. Anasir ist durch einen der Durchgänge verschwunden und hat artig das Tor hinter sich geschlossen. Oh, es kann doch nicht sein. Also schön. Wiederholen wir das Katz-und-Maus-Spiel ein weiteres Mal. Diesmal muss ich herausfinden, durch welches der drei Tore im Innenhof Anasir verschwindet. Super, Freunde, aber das machen wir erst im nächsten Teil. Boah, ich bin gespannt, wie lange dieses Spiel mit uns spielt. Den Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Bis zum nächsten Mal dann. NRW bei 18. Adieu.